Servus Freunde des Ballsports. Die Champions-Ausgleich-Losung ist durch und der FC Bayern München trifft auf Paris Saint-Germain. Und das ist natürlich ein richtiges Hammer-Los. Es gibt einen richtigen Schlagabtausch im nächsten Jahr im Achtelfinale der UEFA Champions League. Und da kann wirklich jeder gewinnen. Wie gut ist gerade zum Beispiel ein Leo Messi draus, ein Neymar, ein Mbappé. Aber natürlich auch auf der anderen Seite bei den Münchnern haben wir natürlich auch absolute Superstars. Und das ist, würde ich sagen, das schwerste Los, was kommen kann meiner Meinung nach. Man hätte ja neben Paris Saint-Germain natürlich auch noch auf den FC Liverpool treffen können. Aber die sind natürlich in nicht so einer bestechenden Form. Zumindest aktuell, wer weiß was, im neuen Jahr dann ist. Oder eben gegen Milan oder gegen Brügge. Ja, denke ich ist Paris das schwerste Los. Aber man muss sagen, die spielen zwar einen guten Fußball, aber haben sich bislang in der Champions League auch noch nicht mit Ruhm bekleckert. Sonst wären sie natürlich auch nicht auf dem Platz, wo sie gerade sind. Ja, was ist eure Meinung zu dieser Auslosung? Glaubt ihr, der FC Bayern München schafft das? Oder glaubt ihr, es ist Schluss im Achtelfinale? Gerne die Kommentare damit. Bis dann Leute. Ciao.